Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Wollduser. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam kleine Weihnachtströmpfe. Ihr könnt das prima als Adventskalender benutzen, mit kleinen Zahlen versehen. Und oben ein Band, wo ihr das Ganze aufhängen könnt, habt ihr eine super Dekoration und einen süßen Adventskalender gleichzeitig. Ich häkel das Ganze heute mit Acrylwolle in Rot-Weiß und oben für den Bund so ein kleines, so eine flauschige Wolle, dass der Effekt ein bisschen fluffiger wird. Und wir benutzen hierzu eine passende Nadel, also eine Häkelnadel mit der Stärke 3,5 mm. Wir brauchen ebenso eine Schere und eine Nadel, um den Faden nachher zu vernähen. So, also hier ist dieser Strumpf in dieser Acrylwolle gehäkelt. Ich möchte es euch kurz zeigen, also das ist ungefähr so 13 cm lang wird der. Dann habe ich das Ganze noch mit unserer, ja, im Video Standardwolle, 50 Gramm auf 170 Meter, mit der Nadelstärke 2 mm gehäkelt. Da seht ihr jetzt schon den Unterschied, also schon viel kleiner, ja. Dann habe ich das Ganze noch probiert mit Filetgarn und einer 1,25 mm Häkelnadel. Das ist noch ein Tickchen kleiner. Könnte man jetzt hier vielleicht ganz süß verwenden, als Anhänger für den Weihnacht zu bauen. Ist vielleicht auch ganz niedlich, sowas zwischendrin in den Baum zu hängen. So, und dann habe ich die gleiche Anleitung, wie wir sie heute häkeln, noch einmal mit Nägern gemacht. Und dann ist das so groß. Und das war eine Nadelstärke mit 0,5 mm. So, also hier zum Vergleich. 3,5 mm Häkelnadel und 0,5. Nägern, Acrylwolle. Und es ist exakt die gleiche Anleitung. Also ihr müsst immer nur diese Nadelstärke zu eurer Wolle anpassen. Und da könnt ihr, ja, halt sowas, eine gleiche Anleitung in allmöglichen Größen halt hier nachhäkeln, ja. Wobei, ich denke, ich, also dieser kleine, klar, das ist so was Typisches für die, wir schenken uns nur in der Kleinigkeit, ne. Ist vielleicht ganz witzig. Oder man könnte das als häkeln und, ja, es gibt ja auch viele, die basteln Karten und sowas. Ist das vielleicht auch ganz süß, ne. So, also ich verwende für so Mikrosachen hier zu häkeln aus Nägern eine Lupenringlichtlampe. Ich mache euch das einfach mal unten in die Kommentare, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das ganze Ding aussieht. So, wir starten aber jetzt hier heute mit dieser Acrylwolle. Das erkennt man definitiv besser. Und wir häkeln das gute Stück von hier unten nach oben. So, legen wir das mal auf die Seite. Ich beginne das meins jetzt hier mit Weiß. Ihr könnt das natürlich auch komplett einfarbig nachhäkeln. Das ist ganz egal. Wir starten jetzt mit einem Fadenring und sechs festen Maschen in diesen. So, habt ihr das geschafft? Zieht ihr euch diesen Fadenring zu? Und jetzt geht es weiter, indem wir jede Masche verdoppeln. Das bedeutet, wir häkeln immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein. So, wir kommen dann auf eine Maschenanzahl von insgesamt zwölf hier. So, anschließend könnt ihr euch hier noch so einen Markierungsfaden dazu holen. Ich grabe noch meine Schere, den kürze ich noch ein bisschen so. Also so, ja, zehn Zentimeter, das reicht schon. Den legen wir uns hier so dazwischen ein und das zeigt uns dann Runde für Runde schön an. Es geht jetzt weiter mit einer festen Masche und die nächste Masche wird verdoppelt. Also hier wieder in die Verdoppelung zwei feste Maschen rein, ja. Wir wiederholen das Ganze. Eine feste Masche und die nächste wird wieder verdoppelt. So, und das machen wir jetzt immer so weiter. Also immer wiederholend eine feste Masche, eine Verdoppelung, bis wir zu unserem Markierungsfaden angekommen sind. Seid ihr dann hier hinten angekommen, holen wir uns diesen Markierungsfaden und klappen uns den einfach einmal so rum. Das machen wir nach jeder Runde, den klappen wir immer hin und her. So, und es geht jetzt hier weiter, weiter wie gehabt mit Weiß. Wir häkeln jetzt zwei feste Maschen, eins, zwei, und dann verdoppeln wir wieder eine. So, auch das immer wiederholend, also zwei feste Maschen und dann wird die nächste hier verdoppelt. So, das machen wir bis Rundenende, immer wiederholend. So, habt ihr diese Runde geschafft, machen wir uns jetzt unseren Farbwechsel, in meinem Fall jetzt hier zu Rot. So, für den Farbwechsel, also ich mache das so, dass wenn ich so das Häkelstück habe, ich steche noch in die nächste Masche ein, hole mir eine Schlaufe, dann habe ich zwei Schlaufen hier auf der Nadel. Dann schneiden wir mal den Faden ab. So, ich hole mir jetzt hier diesen Faden und klappe den erstmal so nach vorne. Hole die zweite Farbe, so, halte mir das alles hier so dran und ziehe jetzt quasi diese erste feste Masche hier mit dieser neuen Farbe durch. Und dann kann man hier diese beiden Fäden, die lege ich mir immer so hin und umhäkel die direkt mit. Es geht jetzt weiter mit festen Maschen, ja. Also wir häkeln, also es waren die ganze Zeit feste Maschen, klar, aber ohne Verdoppelung. So, das wollte ich damit sagen. Also wir haben jetzt insgesamt hier 24 feste Maschen und wir häkeln jetzt immer einfach eine feste Masche in jede Masche hinein und diesen Anfangsfaden, den könnt ihr einfach so, wie ich das jetzt gerade mache, einfach so ein bisschen, ja, mit einhäkeln, ne. Hat so ein paar Maschen lang, könnt ihr das nach hinten so weg machen. Das kann man sich dann, kann man auch natürlich auch später machen, einfach so mal kürzen. Dann hat man sagt, mir so im Weg, ist ganz egal, könnt ihr jetzt machen oder halt später, ist egal. So, aber wie gesagt, einfach ein paar Stück mit einhäkeln und dann habt ihr hier nichts zu vernähen. So, es geht jetzt hier weiter mit unserer Hauptfarbe. Immer eine feste Masche in jede Masche und das Ganze machen wir jetzt 10 Runden lang, ja. Also ihr häkelt jetzt einfach 10 Runden, immer eine feste Masche. Ich mache das jetzt auch schnell und dann sehen wir uns gleich. So, hier bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt meine 10 Runden gehäkelt. Wir gehen jetzt hin und ziehen uns erstmal hier diese Arbeitsschlaufe von diesem Rot oder von unserer Hauptfarbe etwas länger. Dann stülpt ihr das Ganze einmal um und hier innen drin diesen Faden von unserem Fadenring, den vernähen wir uns jetzt erst noch schnell. Also das reicht, wenn ihr das gerade so ein bisschen stramm zieht und gerade so durch ein paar Maschen. Jetzt hier, ja, die schlimmste Nadel, wo ich irgendwie habe, gerade nur zur Hand. So, naja, hat gereicht. Gerade nur so ein bisschen da durchziehen und dann abschneiden. Na, da brauchen wir das später nicht mehr hier zu wenden und zu machen. So, diesen Marierungsfaden, den mache ich mir jetzt erstmal kurz raus. Es geht jetzt weiter mit dieser Ferse. Da braucht ihr absolut keine Sorgen zu haben, die ist super leicht. So, also, wir ziehen uns hier diese Arbeitsfaden etwas länger, ja. Und wir stechen jetzt genau hier in unserer letzten Masche von dieser, wo wir den Arbeitsfaden haben, hier, wo wir als letztes gehäkelt haben, stechen wir mit unserer Nadel ein, legen uns jetzt hier unsere, ja, andere Farbe oder halt gleiche Farbe, das ist egal. Wir stechen hier ein, ziehen uns eine Schlaufe, stechen die nächste ein und machen uns eine feste Masche. So, ja. Wir häkeln jetzt hier, also mit dieser mitgezählt, insgesamt zwölf feste Maschen kommen hier unten hin. Diese Schlaufe hier lassen wir ganz ohne Beachtung im Moment. Zieht euch das einfach ein bisschen länger oder macht euch eine Klammer dran, und seid ihr sicher, dass nichts aufgeht, na, die bleibt jetzt erstmal ohne Beachtung. Also, diesen Anfangsfaden hier, den häkle ich mir jetzt wieder ein bisschen mit. Also, jetzt erstmal hier mit dieser anderen Farbe für unsere Ferse zwölf feste Maschen häkeln. So, jetzt habe ich hier meine zwölf gehäkelt. Wir machen jetzt, es wird jetzt in Reihen gehäkelt. Wir machen uns eine Wendeluftmasche, drehen das Stück und häkeln jetzt hier entlang wieder runter, ja. Und das Ganze machen wir sechs Reihen insgesamt. Also, hier kommen noch fünf Reihen je eine feste Masche noch dabei, ja. Wenn ihr hier diese Wendeluftmasche gemacht habt, stecht ihr hier vorne wieder in diese Masche ein, na, dass wir immer hier auf unsere zwölf festen Maschen kommen. So, ich zeige es euch noch einmal kurz. So. Also, wenn wir die gehäkelt haben, eine Wendeluftmasche machen, das ganze Ding drehen und wieder die festen Maschen zurück. Das Ganze, bis wir insgesamt sechs Reihen haben. So, habt ihr dann eure sechs Reihen gehäkelt, ja. Holen wir uns das Häkelstück und klappen das einfach hier diese Ecke, hier auf diese Ecke, halt, ne, Ecke auf Ecke, Kante auf Kante. So, einfach so zusammenklappen, hm. So, in der Mitte. Und jetzt häkeln wir einfach, stechen wir jetzt hier ein und ziehen uns erstmal den Faden mit einer Kettmasche rüber und dann häkeln wir einfach dieses kleine Stück hier mit festen Maschen zusammen. So, schön durch beide Teile hindurch, wenn ihr dann komplett so nach unten seid. Beenden wir das Ganze mit einer Kettmasche, schneiden uns den Faden ab, lass den ruhig ein bisschen länger, den vernähen wir nachher noch. So, aber jetzt ist die Ferse schon, ja, die ist schon durch, das war's schon, also super leicht, ne. Also wirklich, das ist wirklich so meine, ja, meine Lieblingsart, das zu machen. So, wir ziehen uns jetzt hier diese Arbeitsschlaufe wieder etwas kleiner und jetzt häkeln wir eine Abnahme, ja. So, wir häkeln jetzt hier außen entlang rum und wir beginnen diese neue Runde. Ich lege mir mal den Markierungsfaden hier wieder ein. So, wir häkeln jetzt nur eine Abnahme. Wir stechen jetzt hier in das Weiße ein, so. Hier und machen eine Abnahme. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich zeige es euch wieder. Also, wir stechen ein, holen uns den Faden, haben zwei auf der Nadel, halten wir den bisschen Finger fest, in die nächste Masche rein, Faden holen, also Schlaufe ziehen. Dann haben wir hier drei und die maschen wir zusammen ab. So, das war jetzt unsere Abnahme. Und jetzt häkeln wir hier einfach wieder unsere festen Maschen. So, geht ihr einfach hier überall. Das ergibt sich von ganz alleine, das merkt ihr, wenn ihr das häkelt. Immer wo hier diese Lücke ist, seht ihr jetzt wie bei mir, einfach überall eine feste Masche rein. So, jetzt haben wir hier einmal komplett durch das Weiße. Und hier, wo diese weiße Masche ist, ja, hier in diesem Zwischenraum. Hier stechen wir ein und machen uns hier noch eine feste Masche rein. So sieht das Ganze dann aus. So, ich häkel jetzt mal gerade noch bis zu meinem runden Ende weiter. So, und jetzt ist das gleiche Prinzip eben auch. Wir klappen uns diesen Markierungsfaden immer hin und her. Und es folgen jetzt hier wieder nur feste Maschen. Und das Ganze machen wir noch neun Runden, sodass wir hier mit dieser jetzt mitgezählt insgesamt zehn Runden hätten. Eben hatten wir hier zehn und jetzt machen wir hier auch noch zehn. Also eine habe ich ja jetzt schon, noch neun dabei. Da habt ihr dann eure zehn Runden hier gehäkelt. Mache ich das jetzt so, dass ich wieder einen Wollwechsel mache. Also ich mache mir hier wieder eine Schlaufe. Schneide mir jetzt mal das Rot hier ab. Und ich mache jetzt hier diese letzte Reihe hier oben mit diesem Effektgarn. Das ist so, ja, so ein Teddy. So eine Teddywolle ist das. Es sieht aber auch super aus. Es gibt so lange Fransenwolle und sowas. Sieht auch klasse aus. Wenn ihr das jetzt gar nicht da habt, könnt ihr auch ganz normal einfach von dieser Farbe das verwenden. Das habe ich jetzt hier auch zum Beispiel, weil ich jetzt nichts Vergleichbares hatte mit diesem Filetgarn. Habe ich jetzt hier oben einfach als Abschluss mit Weiß eine Runde dazugesetzt. Also das ist jetzt nicht so zwingend notwendig, ja. Dann machen wir uns hier oben auch eine Runde lang komplett mit diesem Weiß- oder halt Effektgarn immer eine feste Masche rein. Dann einmal außenrum beende ich das Ganze hier einfach mit einer Kettmasche. Faden abschneiden. Ja, so. Und das Ganze durchziehen. So, jetzt vernähen wir gleich einfach diesen Faden hier, hier hinten von unserer Ferse. Das reicht, wenn ihr das einfach ein paar Mal so durch die Maschen durchzieht, ne. Hier dieser Rest, das schneide ich mir jetzt einfach mal so weg. Und ich zeige euch jetzt noch, wie ihr diese kleine Aufhängung häkeln könnt. Dazu holen wir uns so unser Strümpfchen. Und ich steche jetzt einmal hier so zwischen Weiß und Rot hier so einmal hinten durch ein, ja. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. So, wir legen uns unseren Faden hier an, mit dem ihr halt diese Aufhängung häkeln wollt. Ziehen uns eine Schlaufe und schlagen jetzt eine Luftmaschenkette mit insgesamt 30 Maschen an. Habt ihr dann eine Luftmaschenkette mit insgesamt 30 Stück, das reicht eigentlich völlig aus, stecht ihr hier genau wieder rein, wo ihr eben begonnen habt und beendet das Ganze hier mit einer Kettmasche. Den Faden dann abschneiden und durchziehen. Ja, ich mach mal erst ein bisschen Platz hier. So. Und dann könnt ihr hier diesen Anfangs- und Endfaden einfach mit einem Doppelknoten das Ganze hier verknoten. Dann hält das auch wunderbar und das wird dann einfach auch vernäht, ja. So, ich mach das jetzt mal gerade so rein. Ich zeige euch mal, was ich daraus noch gemacht habe. So, also hier hab ich für meine Haustiere, dieses Jahr bekommt jedes meiner Haustiere einen eigenen kleinen Weihnachtsstrumpf. Also ich hab einen kleinen Hund und zwei Katern und die bekommen dieses Jahr jeder seinen eigenen kleinen Strumpf. Ich werd mir das so hinhängen und das Ganze dann mit ein paar Leckerlis füllen. Also das ist vielleicht auch eine super schöne Geschenkidee für jemanden, der auch Haustiere hat. Natürlich, ihr kennt das natürlich auch, ja, ganz normal, vier Menschen halt machen, ne, mit Namen und sowas. Hier hab ich jetzt halt so kleine Pfötchen noch drauf. Ich hab mir hier Bügelbilder selbst gemacht. Das macht man mit einem Plotter. Das kennt vielleicht der ein oder andere schon. Also ihr müsst euch den Plotter so ähnlich vorstellen wie ein Drucker. Das ist so ähnlich. Aber halt statt dieser Tinte ist so ein Messer drin. Und dieses Messer schneidet diese Folie dann aus. So, der ein oder andere hat's vielleicht auch schon gesehen. Ich mache auch sehr viel und sehr gern damit. Auf Instagram hab ich ab und zu immer ein paar Videos drin, was ich damit so mach. Ja, könnt ihr mal mal sagen, ob ich euch das auch mal näher vorstellen soll oder zeigen soll. Ob ihr davon auch mal gern mehr sehen wollt. Ja, kann ich dann gern machen. Kein Problem. Auf jeden Fall hab ich mir jetzt hier halt mit diesem Plotter diese Bügelbilder hier gemacht. Mit diesen kleinen Pfötchen. Ähm, geht natürlich auch vollkommen. Manche haben ihn ja schon. Unseren Perlenpennstift. Gibt's ja auch in verschiedenen Farben, dass es ein bisschen besser absticht. Vielleicht einen in Silber dazu. Ist natürlich eine günstigere, ja, Version, wenn man nur ab und zu mal sowas gerne machen will, ne. Ähm, da kann man halt die Namen draufschreiben. Oder ihr könnt hier mit, wie aus meinem letzten Video gezeigt, diesen Hotfix-Applikator. Könnt ihr auch prima die Namen draufmachen mit Glitzersteinen, ne. Funktioniert auch. Also gibt's ja wirklich sehr viele Möglichkeiten, ne. So. Also ich find's total niedlich. Und wie ihr gesehen habt, man kann's wirklich in all Größen häkeln. Es ist super schnell gemacht. Vor der Ferse braucht ihr absolut keine Bedenken zu haben. Ist total easy. Ähm, ja. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder Spaß gemacht mit mir. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Habt eine schöne neue Woche, wo ihr jetzt bekommt. Also wo ihr jetzt beginnt. Und ja, und wir sehen uns oder hören uns halt hier auf meinem Kanal. Bis bald. Tschüss.